Jetzt schauen wir mal auf die Stadt Berlin. Hier passiert ja so einiges und man sei ja auch einiges gewöhnt, besonders in Neukölln, schreibt das Bezirksamt dieses schönen Berliner Stadtteils, aber das gab es tatsächlich noch nie in der Hauptstadt. So, im beliebten Volkspark Hasenheide finden oder fanden Mitarbeiter des Grünflächenamtes nämlich eine vier Meter lange Schlange. Keine Panik, das Tier war bereits tot, deutlich abgemagert. Laut Bezirksamt handelt es sich vermutlich um einen Tigerpython. Wie das Tier in den Park gelangt ist und ob es dort überhaupt noch lebend unterwegs war, bislang völlig unklar. Der Bezirk bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.